Hallo, möchtest du deine Rentnerzeit auch entspannt und finanziell frei und unabhängig genießen? Dann bist du hier genau richtig. Auf diesem YouTube-Kanal veröffentliche ich mindestens einmal in der Woche wertvolle Tipps und ich freue mich sehr, wenn du hier regelmäßig vorbeischaust. Das umfasst ganz unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel, was ist überhaupt Affiliate-Marketing und wie funktioniert es? Was sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen, um ein erfolgreiches Affiliate-Marketing betreiben zu können? Welche Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest, um nicht schon am Anfang gleich zu scheitern? Warum ein Mentoring die 1A-Methode für deinen schnellen Erfolg ist? Und was die sechs Schritte sind, die du auf jeden Fall gehen musst, damit dein Start nicht von Anfang an in die Hosen geht? Und viele weitere interessante Tipps. Wenn du zu meinen Inhalten noch Impulse hast, bestimmte Bereiche noch ergänzt haben möchtest oder du vielleicht noch etwas wissen möchtest, dann schreib mir auf jeden Fall das in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenke mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du weiterhin schauen kannst, wie man ein erfolgreiches Affiliate-Business aufbaut und du keine der wertvollen Tipps verpasst.